Herzlich willkommen zu Urknall, Weltall und das Leben. Insbesondere in unserer Reihe Aristoteles zur Stringtheorie. Da sind wir bei unserem Versuch, die Welt zu verstehen, immer noch lokal im Augenblick. Das heißt, wir haben Dinge erkannt auf unserem Planeten, vielleicht sogar in unserem Sonnensystem, aber dieser ganz große Schritt hinaus in die Welt, der ist noch nicht gelungen und um den wird es heute gehen. Das ist ein Schritt aus meiner Sicht noch bedeutender als der erste Schritt auf dem Mond. Ein theoretischer Schritt, der uns zeigen wird, wie die Dinge da draußen in den Fernen des Weltalls sich verhalten und ob dort auch die Physik gilt, die wir uns hier auf diesem Planeten zusammenreimen. Und da wird jemand eine Rolle spielen, der da völlig, würde man sagen, fast zufällig hineinstolpert in diese Geschichte und am Ende wird auf seinem Grabstein stehen, Aproxima vit sidera Er brachte die Gestirne näher Die Rede ist von Josef Fraunhofer. Der wurde in Straubing geboren, gar nicht weit von hier, 1787, als elftes Kind einer Glasschleifer-Familie. Und die Eltern sind früh verstorben. So hat man ihn nach München geschickt, zu einer Lehre. Und der sollte Glasschleifer lernen dort. Und dann passiert eine dieser Geschichten, die wirklich das Schicksal schreibt. Weil es war so üblich, dass die Lehrleute jetzt gewohnt haben beim Meister und das gesamte Gebäude ist über ihm zusammengestürzt. Er hat dort gewohnt. Es kam zum Einsturz dieses Gebäudes. Und er hat auf rätselhafte Weise überlebt. Und damit nicht genug Zeitzeuge, also wirklich Augenzeuge dieser ganzen Geschichte, wird Maximilian IV. Also der ist vor Ort und denkt sich, hey, wie kann das sein, dass jemand so viel Glück hat und so eine Sache überlebt? Und was macht man dann als Kurfürst? Man schaut mal, was man so an Barschaft mit dabei hat und schenkt es ihm. Und das war ein Goldsäckchen mit 18 Dukaten. Und damit hatte jetzt plötzlich Josef Fraunhofer ein Startkapital, hat sich erst mal freigekauft von seiner Ausbildung. Die Jungen zu sehr. Ja, da musste man sich noch freikaufen, wenn man eine Lehre beenden wollte. Und hat sich ein eigenes Gerät gekauft und hat die Sonntagsschule besucht. Ich will die Geschichte jetzt nicht so weit ausdehnen. Aber ich wollte einfach nur zeigen, dass jemand als Autodidakt jetzt plötzlich ins Spiel kommt. Und wie heißt dieses Sprichwort? Es gibt selten etwas Schlechtes, wo nicht etwas Gutes mit dabei ist. Und im Extremfall kann einem das Haus über dem Kopf zusammenstürzen und es ist plötzlich die größte Chance im Leben, die man hat. Er wird nämlich jetzt Josef Fraunhofer, später wird er die Ehrendoktorwürde erlangen und er wird zum Ritter geschlagen werden, ob schon seiner Verdienste. Also Josef von Fraunhofer hat immer mehr in die Optik sich hineingearbeitet und dann Beobachtungen des Sonnenlichts gemacht. Das war motiviert von Isaac Newton. Der hatte nämlich schon begonnen, mit Licht herumzuexperimentieren, insofern, dass er einen Raum abgedunkelt hat komplett und die Fensterläden eingeklappt hat und dann ein ganz kleines Loch gebohrt hat in den Fensterladen und dadurch einen Lichtstrahl erwirkt hat. Und in diesem Lichtstrahl, den ich hier angezeichnet habe, hat er ein Prisma gehalten, ein Glasprisma. Und in Abhängigkeit der Wellenlängen wird nun das Licht durch dieses Prisma gebrochen. Eben blaues Licht, also sehr, sehr kurze Wellenlängen, werden stärker gebrochen und rotes Licht, lange Wellenlänge, wird weniger stark gebrochen. Und dadurch wird das Licht jetzt hier wirklich in das gesamte Spektrum aufgefächert. Wie gesagt, Newton hat das schon gemacht, hat auch schon weiters ein zweites Prisma dann in den zum Beispiel roten Strahl gehalten und festgestellt, dass es sich dann nicht mehr weiter aufspalten ließ. Und wenn er es in den blauen Strahl gehalten hat, hier unten, dann ließ sich auch der blaue nicht mehr erneut auffächern. Also daraus hat er dann auch abgeleitet, dass das Licht jetzt wirklich eine Teilchenstruktur haben sollte, die korpuskulare Struktur. Das wären also jetzt aus seiner Sicht irgendwelche einzelnen Teilchen gewesen und die hätten sich dann eben nicht mehr weiter aufspalten lassen. Langer Rede, kurzer Sinn. Josef von Fraunhofer macht diese Geschichten mit dem Sonnenlicht und er entdeckt jetzt was Neues, das wirklich Neue daran ist. Er sieht Linien. Er sieht dunkle Linien in diesem Spektrum. Man sieht es hier im Bild. Er konnte noch nicht genau zuordnen, was er jetzt hier eigentlich konkret gesehen hatte. Wir sind ja noch lange vor einem Atommodell eines Nils Bohr, der jetzt natürlich charakterisieren konnte, dass diese individuellen Energien, die man hier sieht, dass die Übergängen von Atomen entsprechen. Also wenn wir ein Atom haben und wir haben irgendein Elektron dazu, dann kann das jetzt hier auf einer engen Bahn kreisen oder auf einer Bahn weiter draußen. Und diese Bahnen, die haben unterschiedliche Energien. Weiter draußen ist mehr Energie notwendig. Und wenn das Elektron natürlich jetzt von einer Bahn mit mehr Energie auf eine weiter innenliegende Bahn mit weniger Energie übergeht, dann muss natürlich diese Energiedifferenz irgendwie weggehen. Und das Atom strahlt jetzt hier ein Photon ab mit dieser Differenzenergie. Das sind diese charakteristischen Linien. Sind noch Elektronen da? Das heißt also, wenn wir hier Linien sehen, was ist dann passiert? Dann wurde das Sonnenlicht aufgefächert. Und ganz charakteristische Linien, ich zeige das jetzt hier mal so, also hier eine rote Linie, vielleicht hier eine blaue Linie, sind natürlich viel mehr Linien. Das ist nochmal stellvertretend. Die fehlen jetzt hier in diesem Spektrum. Und wie gesagt, heute wissen wir, dass diese Energien natürlich einer bestimmten Wellenlänge entsprechen. Und wenn die hier fehlt, dann heißt es, dass zwischen diesem ursprünglichen Licht, das das volle Spektrum hatte, und dem, was wir hier empfangen, irgendein Vorgang war, bei dem jetzt zum Beispiel ein Atom mit einem Elektron diese Energie verwandt hat, um das Elektron auf eine höhere Bahn zu bringen. Das ist der umgekehrte Weg. Dann fehlt natürlich diese Energie im Spektrum. Das ist die Idee. Und damit, das klingt jetzt unscheinbar, aber damit konnte man jetzt eine Tür öffnen hinaus, weil das Licht der Sterne, das konnten wir ja in den Teleskopen einfangen. Und dann kamen zwei Leute ins Spiel, die den entscheidenden Baustein mitgeliefert haben. Nämlich Gustav Kirchhoff und Robert Bunsen. Die haben nämlich jetzt bei sich lokal im Labor versucht, diese Übergänge zu produzieren. Jetzt nicht gezielt, sondern die haben einfach mal irgendwelche Flammen produziert. Sie kennen alle den Bunsenbrenner mit dieser charakteristischen Färbung. Und in diesen Bunsenbrenner haben sie jetzt unterschiedliche Materialien eingebracht. Zum Beispiel sieht man jetzt hier mal links, wenn Sie hier Kupfersulfat einbringen, dann kriegen Sie diese charakteristische grüne Verfärbung. Das wollte man sich natürlich irgendwie erklären. Was ist da los? Oder wenn Sie zum Beispiel Natrium einbringen, dann kriegen Sie diese charakteristische gelbe Verfärbung. Das kennen Sie vielleicht auch von diesen öffentlichen Anlagen, diese Natriumdampflampen. Das sind diese, die dieses gelbliche Licht auf Parkplätzen zum Beispiel machen. Da haben Sie das vermutlich alle schon mal gesehen. Und je nachdem, was Sie jetzt hier, wenn Sie Lithium einbringen, kriegen Sie so eine rötliche Färbung. Und dieses Licht kann man jetzt wieder in so ein Spektrum, also in so ein Prisma geben und sich das Spektrum anschauen. Und dann kriegen Sie aber was Neues. Dann haben Sie nämlich eine charakteristische Farbe. Die Farbe entspricht wieder einer bestimmten Wellenlänge. Das könnt Ihr hier mal anschreiben. Also wir haben jetzt hier kurze Wellenlängen. Da sind wir so im Bereich von vielleicht mal 400 Nanometern. Da geht es eben hier hoch, 500, 600 und hier oben sind wir bis zu 780, sagen wir mal hier ungefähr bei 700 Nanometern. Und wenn Sie jetzt genau umgekehrt eben schon mit einer Farbe ins Rennen gehen und schon ein farbiges Licht hier reinhalten, das Sie zum Beispiel von Ihrer Natriumdampflampe haben, dann kriegen Sie eben nicht dieses ganze Spektrum mit irgendwelchen Linien, sondern dann kriegen Sie nur die Linie. Ich nehme jetzt mal Lithium, weil es schöner kommt mit dem Rot. Wenn Sie also hier Lithium reingeben, dann würden Sie nicht dieses Spektrum bekommen, sondern dann würden Sie eine scharfe Linie bekommen. Mehr oder weniger scharf. Das ist der eine hauptsächliche Übergang. Natürlich gibt es hier dann noch Nebenübergänge, weil Lithium hat natürlich mehrere Elektronen und die können da jetzt auf unterschiedlichen Bahnen hin- und herhüpfen. Es geht um das Grundprinzip. Wir haben also verschiedene Möglichkeiten. Wir haben das volle Spektrum, das kriegen wir dann, insbesondere wenn wir eine Wärmequelle haben, die das ganze Spektrum liefert. Dann haben wir scharfe Linien, die spielen dann eine Rolle, wenn eine charakteristische Energie im Spiel ist. Zum Beispiel so ein Übergang von einer Bahn auf die andere. Und dann haben wir dieses Szenario, da ist das volle Spektrum ohne diese Linien, da war also offensichtlich zwischen einer Quelle, die das volle Spektrum liefert, und uns irgendein Gegenstand, irgendein Atom, das diese Energie entnommen hat. Dann fehlt sie in dieser Linie. Und das führt zu einem, wie soll man das nennen, einem kosmischen Barcode. Das heißt, zu einem Linienbild, in dem die gesamte Information steckt. Weil eben jetzt Kirchhoff und Bunsen aus diesen Linien gewissermaßen charakteristische Fingerabdrücke erstellt haben. Die haben jetzt eben gezeigt, dass ein bestimmtes Element dieses bestimmte Linienbild hat, wie ein charakteristischer Fingerabdruck. Man sieht das hier nochmal schön in diesem Bild. Da haben wir jetzt Wasserstoff und Helium, dargestellt als Fingerabdruck. Und jetzt ist es nur noch ein kleiner Schritt. Jetzt brauchen Sie nur noch mit diesem Fahndungskatalog, den Sie jetzt haben, den Sie lokal bei sich im Lokal, im Labor erstellen, da können Sie hinausgehen und vergleichen mit den Linien, die Sie jetzt im Licht der fernen Welten haben. Dann sehen Sie, welche Elemente sind in den Atmosphären dieser Sterne. Das sind diejenigen, die dann diese Linien herausnehmen. Und dann haben Sie Elemente, die vielleicht in Wolken zwischen diesen Quellen und innen sind. Und dann kriegen Sie schon Rückschlüsse, was befindet sich da draußen eigentlich. Also das war ein unglaublicher Schritt hinaus in die Weite des Alls. Und ohne diese Spektralanalyse, wie man das gesamte Verfahren dann später nennen wird, würden wir heute noch heillos uns Gedanken machen, ob diese Physik, die wir uns hier zusammenreimen, überhaupt im gesamten Universum gilt. Also die Tragweite kann man gar nicht hoch genug hängen, dieser Geschichte her. Also wir wissen jetzt schon mal, was befindet sich dort. Das ist schon mal ein ganz wesentlicher Schritt. Und jetzt geht es einfach nur noch darum zu zeigen, bewegt sich das vielleicht da draußen? Kriegen wir vielleicht diese Information auch aus diesen Linien heraus? Und da wird ein Österreicher eine Rolle spielen, Christian Doppler, der hatte nämlich erkannt, dass sich Linien verschieben, dann, wenn sie, also Wellenlängen verschieben, dann, wenn sie Gegenstände bewegen. Also wenn sie hier eine Quelle haben und diese Quelle sendet jetzt konzentrisch irgendwelche Strahlen aus, irgendeine Strahlung und sie bewegen die Quelle, dann fahren sie einmal in ihre eigene Strahlung hinein und einmal wenn sie in der anderen Richtung sich bewegen aus der Strahlung heraus und dann haben sie ein charakteristisches Bild. Und da würde ich Ihnen gerne eine Animation einblenden. Das ist jetzt die Quelle mit diesen konzentrischen Kreisen und der Abstand dieser Kreise wäre jetzt die Wellenlänge und wenn das Objekt jetzt nach rechts fährt, dann wird offensichtlich vor dem Objekt werden die Linien gestaucht, weil wir hineinfahren und hinter dem Objekt werden die Linien auseinandergezogen und damit entsteht vor dem Objekt eine klare Blauverschiebung und hinter der Quelle eine Rotverschiebung des Spektrums. Rechts werden die Linien dichter, also die Wellenlänge kürzer, es geht ins Blaue, links Wellenlängen werden größer, wir gehen ins Rote. Genau genommen kennen Sie den Effekt alle aus der Akustik. Wenn ein Fahrzeug an Ihnen vorbeifährt, am besten noch mit Blaulicht, dann ist es noch deutlicher, dann verändert sich der Ton, während dieses Objekt an Ihnen vorbeigeht. Also Sie haben diesen Effekt. Da sehen Sie auch, wie die Tonhöhe sich verändert durch diese Verdichtung und dann wieder diese Streckung dieser einzelnen Linien. Und genau das passiert jetzt hier mit dem Licht. Und das ist unglaublich mächtig, weil wenn Sie sich jetzt die Frage stellen, bewegt sich dort draußen irgendetwas. Dann haben Sie immer diese Einstellung, sein Objekt, das jetzt um irgendwas anderes kreist beispielsweise, das würde er dann sich mal auf Sie zu bewegen als Beobachter. Also jetzt hätten Sie diese Blauverschiebung, dann wäre es neutral und jetzt würde es sich wieder von Ihnen wegbewegen. Also jetzt würden Sie eine Rotverschiebung sehen. Dann ist es wieder neutral, dann kriegen Sie eine Blauverschiebung, Rotverschiebung. Und wenn Sie so ein Objekt beobachten, spektroskopisch, dann wissen Sie, dieses Objekt bewegt sich da draußen. Und da können Sie darauf zurückrechnen, was ist da los, dann kriegen Sie Kepler-Schibanen und all diese Sachen. Also diese Mächtigkeit, schon mal zu erfahren, was ist da draußen überhaupt, wie bewegt es sich? und wenn sich diese Quellen relativ zueinander bewegen, dann werden diese Linien auch ein bisschen verbreitert, weil dann kriegen Sie, da sind jetzt mehrere Elemente, die stoßen mal aneinander, dann sind die Energien nicht mehr so ganz fein definiert, der verliert mal ein bisschen hier, mal ein bisschen da, dann haben Sie zwar im Prinzip noch alle die ähnliche Energie, aber die Linien werden ein bisschen breiter. und das, also mal bewegt sich was von Ihnen nach hinten, mal nach vorne und in der Summation haben Sie jetzt eine Information, was ist der Fall, wenn sich irgendwas hier laufend gegenseitig beeinflusst? Naja, da ist viel Energie, da ist hohe Temperatur. Das heißt, wir kriegen Informationen über die Temperatur, aus dieser Linienverbreiterung beispielsweise. Spüren Sie das? Wir sammeln immer mehr Informationen auf, indem wir versuchen, aus dem Licht herauszulesen, wie aus einer Tageszeitung. Immer nur aus diesen Linien. Das ist, das beste Beispiel ist immer noch, wenn Sie nächstes Mal im Supermarkt an die Kasse gehen, dann werden Sie daran denken, da ist nämlich auf jedem Produkt so ein Barcode und die Kassiererin oder der Kassierer zieht das freundlicherweise für Sie über diesen Barcode Leser und dann ist genau die Information eingegeben. Also da haben Sie jetzt einen Liter Milch gekauft, da haben Sie die Information, der kostet jetzt 1,20 Euro und das ist ultrahoch erhitzt, homogenisiert, mit diesem und jenem Fettgehalt, alles in diesen Barcodes und genau so ist es hier. In diesen Codes ist die genaue Information, was ist da draußen los? Also, wir wissen jetzt schon mal, was befindet sich dort, wie bewegt sich das Ganze da draußen, auf welcher Temperatur ist es eventuell, wobei wir bei der Temperatur natürlich noch sehr, sehr begrenzt sind auf solche kleineren Effekte. Da kommt uns jetzt noch mal zu Hilfe ein Mann, das ist ein Mann namens Wien und zwar Wilhelm Wien, der gesehen hat und erkannte, dass wenn er verschiedene Sterne beobachtete oder ganz allgemein Wärmequellen mit unterschiedlichen Temperaturen beobachtete, dann gab sich dieses Bild hier. Also man sieht hier, links ist die Temperatur sehr, sehr hoch und die fällt allmählich hier nach rechts ab. Dann haben Sie, wenn Sie sich überlegen, von welcher Farbe kommen jetzt die meisten Photonen. Sie haben immer so ein Spektrum, aber von welcher Farbe ist die Intensität, wie man sagt, am höchsten? Dann sieht man, aha, die Intensität ist anfangs hier im Blauen am höchsten und es fällt dann langsam runter bis ins Rote. Bei geringeren Temperaturen ist dann die Intensität am höchsten im Roten. Und man nennt das die Wiensche Verschiebung. Er konnte das auch sauber rechnen dann. Und jetzt musste man nur noch nachschauen im Licht, von welcher Energie kam die maximale Intensität. Und dann konnten sie, das ist hier nochmal sehr schön zu sehen an diesem Bild, und dann konnte man dort, wo das Maximum sich befindet, einfach die Temperatur entsprechend ablesen. Und da sieht man sehr schön bei diesen blauen Sternen, da sind es durchaus mal 10.000 Kelvin und noch drüber hinaus. Hier bei uns auf unserem Planeten hätten wir knapp unter 5.800 und das geht dann so allmählich runter für immer kühler werdende Objekte. Wieder eine ganz wertvolle Information. Also das führt übrigens auch zu dieser Einteilung der Sterne und da gibt es diesen unglaublich chauvinistischen Merksatz, da merken sie wieder mal die Männerwelt in der Naturwissenschaft hier einfach viel zu lange die Nase vorn hatte. Der Merksatz nämlich für diese Reihenfolge dieser Spektralklassen der Sterne lautet O B A Fine Girl Kiss Me. Nachdem wir das wie gesagt zu Frauenfeindliches haben wir einen privaten Merksatz hier bei uns in München Ohne Bier aus dem Fass gibt es Chormass gefällt mir wesentlich besser. Damit sind die Sterne in Spektralklassen eingeteilt und wir haben Informationen gewonnen über Dinge die da draußen in unglaublich weiter Entfernung sind. Also das war der große Schritt von dem ich Ihnen erzählen wollte. Das war der gewaltige Schritt hinaus in diese Welt. Und die nächste Frage die Gretchenfrage gewissermaßen die sich sofort stellt ist die wie weit sind denn die Objekte jetzt wirklich weg? Können wir das irgendwie quantifizieren? Und da gibt es ein Verfahren das eine Verfahren ist das können Sie alle mal nachvollziehen das ist eine ganz einfache Geschichte also wenn Sie mit dem Daumen auf irgendeinen Gegenstand scharf stellen ich schreibe es hier mal mit dem rechten Auge hier durch und dann wechseln Sie das Auge schließen also das eine und dann springt dieser Gegenstand auf den Sie scharf gestellt haben augenscheinlich hin und her das hat mit der Basis Linie Ihrer Augen zu tun weil Sie aus unterschiedlichem Winkel drauf schauen und je breiter je länger diese Basis Linie umso deutlicher ist der Effekt und das nutzt man jetzt bei der sogenannten Triangulation wie nutzt man das am geschicktersten aus als Bewohner eines Planeten Sie erinnern sich dass Sie mit Ihrem Planeten um die Sonne kreisen also Sie haben jetzt hier die Sonne und dann sind Sie mit Ihrem Planeten mal hier und mal da auf Ihrer Bahn um die Sonne und dann schauen Sie aus diesen unterschiedlichen Winkeln jeweils aus unterschiedlichen Jahreszeiten auf irgendein fernes Objekt da haben Sie natürlich hier oben den Fixsternhimmel irgendwelche Sterne Sternbilder sowas in der Art und wenn Sie jetzt ein Objekt konkret fokussieren das sich hier irgendwo dazwischen befindet dann kommt es jetzt darauf an einmal sehen Sie es jetzt zum Beispiel hier sagen wir mal im Winter und dann würden Sie dieses Objekt scheinbar weil Sie Sie schauen ja jetzt hier durch und dann dann ist die scheinbare Position dieses Objektes am Fixsternhimmel hier etwas links und wenn Sie dasselbe jetzt sechs Monate später machen dann peilen Sie auf dieses Objekt hier von der anderen Seite und dann ist es scheinbar am Fixsternhimmel rechts von Ihnen aus gesehen das ist dieselbe Geschichte wie jetzt gerade mit dem Daumen und dann kriegen Sie einen Winkel aus dem Sie dieses Objekt hier beobachten zweimal und mit Winkeln kann man natürlich toll rechnen da sind wir richtig gut und dann kriegen Sie jetzt irgendwie sowas wenn hier so ein Objekt wäre dann machen Sie hier die Basislinie dann haben Sie hier einen Winkel hier haben Sie einen rechten Winkel wenn ich es gut eingezeichnet hätte und dann sehen Sie wie weit muss ich hier öffnen irgendeinen Winkel Alpha um dieses Objekt hier zu fokussieren und weil es so praktisch ist hat man dann diese Geschichte auch gleich als Entfernungsmaßstab genommen also wenn es hier genau um ein Grad geht das Sie gerade noch hier auflösen können mit dieser Triangulation dann spricht man von einem Parsec ein Parsec das wäre jetzt so ungefähr knapp unter 3,3 Lichtjahr und das ist ein sehr gebräuchliches Maß in der Astronomie Sie sehen ganz viele Entfernungsangaben eben in Parsec PC das führt aber jetzt nur ein paar hundert Lichtjahre weit je nachdem wie gut das Signal ist das Sie hier anpeilen können also wenn Sie ganz gute Signale haben dann muss aber schon ein Pulsar irgendwo ein Signal senden dann kommen Sie auch mal ein paar tausend Lichtjahre weit aber unsere Milchstraße hat 100.000 Lichtjahre also das Verfahren ist offensichtlich nicht geeignet um sich wirklich ein Bild dieser Welt zu machen deshalb wollte man darüber hinaus und da kam jetzt eine junge Dame ins Spiel die das Fenster aufstoßen wird in die Welt Henrietta leave it sie hatten mich ein neues Verfahren ermöglicht über diese Triangulation hinaus ein Verfahren das darauf beruht dass Strahlung mit der Entfernung abfällt den Effekt den kennen sie sowieso alle vom Lagerfeuer wenn sie nah dran sind am Lagerfeuer da ist es sehr sehr warm und wenn sie weiter weg gehen dann fällt die Temperatur mit der Entfernung genauer gesagt sogar quadratisch ich habe das hier schon mal vorbereitet das ist wie bei einer guten Kochsendung Sie sehen es dauert ein bisschen zu zeichnen also wenn wir nah dran sind an der Quelle also hier vorne ist die der Stern den wir beobachten wollen oder das Lagerfeuer und dann wenn sie jetzt eine Fläche aufspannen in der bestimmten Entfernung R und zählen wie viele Photonen kommen denn jetzt hier auf diesem Schirm an und dann gehen sie in die doppelte Entfernung also hier bei 2R und spannen einen neuen Schirm auf der genauso viele Photonen aufsammeln soll dann muss dieser hier eben schon viermal so groß sein doppelte Entfernung viermal so groß wenn sie in dreifache Entfernung gehen dann brauchen sie hier schon neun Felder um dieselben Photonen hier wieder aufzufangen dreifache Entfernung neunfach also quadratischer Zusammenhang und jetzt dieses Schirm hinhalten das ist ja nichts anderes als wir jetzt durch ein Teleskop zu schauen und die Intensität zu zählen dann wenn wir jetzt wüssten wie hell die Sonne dort ist wo sie strahlt dann könnten wir über diesen Zusammenhang ausrechnen wie weit sie von uns weg ist was uns also fehlt die unbekannte in der ganzen Überlegung ist die Frage wie hell ist denn der Stern dort wo er sich befindet diese sogenannte absolute Leuchtstärke und da braucht es eben jetzt eine zündende Idee die uns Henrietta Leavitt lieferte bis zu diesem Zeitpunkt da sind wir jetzt so 1912 in der Ecke bis zu diesem Zeitpunkt konnte man sich nicht mehr sicher sein gehört alles nur zu einer großen Galaxie also man hat zum Beispiel Andromeda beobachtet und heute nennt man diese Galaxie gerne Andromeda Nebel weil man damals gar nicht genau wusste ist das ein Bestandteil unserer Galaxie oder ist das vielleicht eine neue Galaxie Magellansche Wolken all diese Dinge die wurden jetzt greifbar insbesondere die die Magellanschen Wolken spielten eine große Rolle für Leavitt sie hat nämlich in der kleinen Magellanschen Wolke also da sind wir so 209 1000 Lichtjahre ungefähr entfernt da hatte sie eine ganze Reihe von solcher veränderlicher Sterne beobachtet Sterne die in der Helligkeit schwanken periodisch wie es genau dazu kommt da hatten wir ja schon ein eigenes Video veränderliche Sterne wer da hier nochmal tief bohren möchte und den Effekt genauer verstehen für uns ist es jetzt mal wichtig dass es Sterne gibt die pulsieren und Leavitt erkannte einen Zusammenhang zwischen dieser Periodizität also wie lange dauert es bis zwischen zwei solchen hellsten Punkten und der tatsächlichen Leuchtstärke und das ist natürlich der Knaller weil dieses Schwanken können Sie hier im Teleskop beobachten und dann rechnen Sie sich aus wie hell ist das Objekt dort wo es sich befindet und dann nehmen Sie den quadratischen Abfall und dann wissen Sie wie weit es weg ist das Verfahren nennt man Standardkerzen weil Sie dadurch jetzt als hätten Sie so eine identische Kerze die Sie in unterschiedlichen Entfernungen aufstellen können gewonnen muss man natürlich noch kalibrieren das heißt Sie nehmen sich irgendein Objekt das so ein veränderlicher Stern ist der möglichst noch in Reichweite ihrer Triangulation ist dann bestimmen Sie mit der Triangulation die Entfernung und kalibrieren daran dieses Verfahren mit den veränderlichen Sternen und das war natürlich der große Schritt hinaus ohne diese Geschichten hätten wir heute noch keine Chance uns einen Reim auf dieses Universum zu machen wir werden im weiteren Verlauf sehen wie zum Beispiel Edwin Hubble wesentlich davon begünstigt wurde und seine ganzen Beobachtungen erst überhaupt Sinn gemacht haben basierend auf diesem neuen Verfahren Henrietta Lievitt das ist eine traurige Geschichte in der Wissenschaft wie so oft gibt es auch tragische Helden dort und insbesondere Frauen die es extrem schwer hatten in dieser männerdominierten Naturwissenschaft also in ihrem speziellen Fall ging es wirklich sehr weit das ist ein man müsste weit aus und sie war eigentlich eine begnadete Musikerin und sie wollte Musik studieren aber sie hatte einen angeborenen Hörfehler und der hat letztendlich zu fast kompletten Taubheit geführt und da musste sie aus der Not heraus eine Einnahmequelle finden und da hatte sie immer erinnert hey ich hatte doch mal im Nebenfach in meinem Musikstudium da hatte ich doch Astronomie belegt dann versuche ich dort irgendwie unterzukommen und in Harvard hatte man große Beobachtungen aufgesetzt in Peru wurden Fotoplatten angefertigt tausend Fotoplatten mit Beobachtungen die ausgewertet werden mussten und da hat man eben jetzt Leute hingesetzt eine davon Henrietta Liebit die diese Auswertung vorgenommen haben und ihr es war legendär wie exakt sie diese Dinge betrachtet hat und ausgewertet hat das mag auch mit ihrem zurückgehenden Hörsinn zu tun haben dass vielleicht der optische Sinn immer schärfer wurde und ihr Beobachtungsvermögen immer besser wurde und da ist eben dieser Zusammenhang ihr aufgefallen bis bis heute bis heute nennt man diesen Standard der Entfernungsbestimmung nicht den Liebit Standard sondern den Harvard Standard dann mag man schon erkennen wie gering diese Leistung damals schon geschätzt wurde und das ging so weit dass es lange gedauert hat bis überhaupt eine Wertschätzung im Bereich des Möglichen stand man hat also irgendwann dann sich gesagt hey Mensch Henrietta Liebit wäre doch jetzt auch mal für den Nobelpreis vorzumelden und dann hat man mal nachgefragt was macht denn die jetzt eigentlich so und dann wurde erstmal geschaut was ist eigentlich aus der Henrietta Liebit geworden da war Henrietta Liebit bereits verstorben also wenige Jahre nach ihrem Tod wäre sie vom Komitee vorgesehen gewesen für die Verleihung eines Nobelpreises und auch das zeigt diese Tragik im Leben dieser bedeutenden Wissenschaftlerin also wir werden in unserer Reihe noch eine ganze Menge an interessanten Wissenschaftlerinnen kennenlernen und oftmals sind wirklich solche tragischen Verläufe damit verbunden mir fällt ja spontan Lise Meitner ein und Emi Nöter aber zu all diesen Dingen werden wir zur richtigen Zeit nochmal kommen also dieses neue Verfahren das hat sehr weit getragen da war jetzt endlich mal klar hey da gibt es mehrere Galaxien und da gibt es die Welt ist viel viel größer als wir dachten und noch einen Schritt weiter raus weil so ein Stern okay die sind hell diese veränderlichen Sterne die sind sehr hell trotzdem sind es einfach nur mehr Sterne das heißt irgendwann sind sie so weit weg dass wir auch die nicht mehr sehen dieses Verfahren hat auch eine Grenze und um da nochmal einen Schritt hinaus zu machen da kommt jetzt ein Mann ein junger Mann ins Spiel der ein Inder der ursprünglich gar keine Schulausbildung genossen hatte und dann wurde sein Talent aber irgendwie offenbar und dann wollte man den fördern und da wollte man nach England bringen und wie machte man zu dieser Zeit da gab es eine Fähr Überfahrt und zwar dauerte es 18 Tage diese Überfahrt nach Southampton und auf dieser Überfahrt da hat sich dieser junge Mann hingesetzt weil ihm langweilig war und da hat er mal eben schnell Physik Geschichte geschrieben Auf der Reise von Madras nach Southampton ohne irgendwelche Beobachtungsdaten setzt er sich hin und rechnet ganz allgemein wie würde sich denn ein weißer Zwerg verhalten also diese Sternleiche am Ende eines mittleren Sternes von der Masse her gesehen da entsteht ein weißer Zwerg unsere Sonne wird auch diesen Weg gehen da kommen wir aber noch genau drauf und wenn jetzt so ein weißer Zwerg immer mehr Masse aufnimmt weil er zum Beispiel einen Begleitstern hat von dem man Masse abziehen kann dann passiert etwas Eigenartiges damit dann wird irgendwann ein Übergang passieren weil das Objekt so kompakt gebunden ist dass es eigentlich fast rein quantenmechanisch dominiert ist und deshalb irgendwann ab einer gewissen Größenordnung wieder ein Übergang in die klassische Physik geschieht und bei diesem Übergang da passieren sogenannte Runaway Effekte also Dinge die sich selbst stark verstärken und dabei kommt es zu einer riesigen Explosion dieses Gebildes und Sie erkennen schon worauf ich hinaus will durch diese gewaltige Explosion haben wir ein sehr sehr helles Objekt und wenn es einem jungen Wissenschaftler ohne irgendwelche Beobachtungsdaten gelingt das zu rechnen dann heißt es dass es universell im Universum gültig ist dieses Konzept wie so ein weißer Zwerg zu einer sogenannten Supernova 1a wirkt zu einem Gebilde das heller kurzzeitig heller strahlen kann als eine gesamte Galaxie mit hunderten von Milliarden von Sonnen das ist natürlich eine das ist der Lotto Treffer für alle die sich um Standard Kerzen bemüht haben unglaublich hell und klar definiert wie viel Energie dort vor Ort jeweils freigesetzt wird dann haben sie ganz klar diese Geschichte und über den quadratischen Abfall rechnen sie aus wie weit sind diese Objekte von ihnen entfernt Es gab noch weitere Entfernungsbestimmungen man konnte zum Beispiel anhand von den Drehungen von Galaxien konnte man eine Beziehung ermitteln zwischen Leuchtstärke und dieser Energie die da gebunden war also da gibt es eine man könnte ein eigenes Video aufsetzen nur zur Entfernungsbestimmung in der Astronomie aber das Grundprinzip ist immer das gleiche sie brauchen eine Standardkerze und dann rechnen sie sich aus wie weit ist das Objekt von ihnen entfernt wir haben eine ganze Reihe von Persönlichkeiten kennengelernt heute in diesem Schritt hinaus in die Welt wir haben begonnen mit der Grab Inschrift von Josef von Fraunhofer vielleicht setzen wir auch eine ans Ende die ich persönlich sehr ergreifend finde weil sie die Prioritäten eines Lebewesens besser zurecht rückt aus meiner Sicht worum es wirklich geht die wirklich wichtigen Dinge im Leben und zwar steht auf dem Grab von Robert Bunsen von dem wir auch heute seinen Beitrag wissenschaftlich gehört haben als Wissenschaftler war er ein großer und als Lehrer noch viel mehr aber am größten war er als Mensch und Freund und . . . . Untertitelung des ZDF, 2020